Wir werden sehen, was er auf dem Feld so hineinzaubert ist. Er läuft und läuft. Wollen wir mal schauen, wie weit er heute laufen kann. 2014 war er der beste Wettbewerbsspieler aller europäischen Hochschüler Alexander Robas. Und der Herr gegenüber hat versprochen, nach dem Einzug, macht er sogar noch kurze Autogrammstunde oben am Jonny Stand. Er ist der 8-fache Champion hier. Das ist sein Court. Dieser Court 1 begrüßen Sie den amtierenden deutschen Meister Marc Zwiebeler. Ge Щ� Zwiebeler Wir haben hier aufgett. Ich schwung sie mit. Ich bin dir. Ich wünsche euch das, ich wünsche euch ich mal dir. Ich wünsche euch das, ich wünsche euch das. Ich wünsche euch das, dass ich es mir aus. Ich wünsche euch das. Vielen Dank. Applaus 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 Und die beiden anderen Damen, sie sind hier auf die Sitzung des Zweiers gesetzt. Sie spielen in Stetten bzw. in Mühlen in der zweiten bzw. der ersten Bundesliga. Beide haben schon in Slowenien im letzten Jahr 2015 ein internationales Turnier gewonnen, um zu sagen. Die wollen hier versuchen, so weit zu gehen. Applaus Die auf die Sitzung des Zweiers gesetzt. Die auf die Sitzung des Zweiers gesetzt. Die auf die Sitzung des Zweiers gesetzt. . Vielen Dank. 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 Applaus ... ... ... ... ... ... ... ...